Microsoft Word bezeichnet ein Textverarbeitungsprogramm von Microsoft. Es wurde 1983 als Multitool Word für diese Nix-Plattform eingeführt, darauf aber auch portiert auf IBM PC, DOS, Apple Macintosh, A, T und T Unix, Atari Sankt, SCO Unix, OS2 und Microsoft Windows. Heute ist Word Teil der Office Suite Microsoft Office. Als eigenständige Anwendung bietet Microsoft es nur für Windows weiterhin an. Word ist das mit Abstand meistverwendete Textverarbeitungsprogramm der Welt. Geschichte Microsoft Word basierte auf dem Konzept der GUI-Textverarbeitung Bravo, die auf dem Xerox-Alto lief. Der Autor von Bravo, Charles Simoni, wechselte 1981 von PARC zu Microsoft und wurde der leitende Entwickler von Multitool Word. 1983 wurde Multitool Word für Sennix und MS-DOS angekündigt. Microsoft machte Werbung für das Produkt durch Demonstrationsdisketten, die in der US-amerikanischen Computerzeitschrift PC World verteilt wurden. Word wurde mit der städtigen Weiterentwicklung zu einer weit verbreiteten Software, nachdem es unter MS-DOS anfänglich unter der ungewohnten Bedienung im Vergleich zu Word perfekt unpopulär war. Bereits in der ersten Version wurde Word für die Bedienung mit einer Maus konzipiert und konnte in Verbindung mit einer Grafikkarte. Die Grafikausgabe erlaubte auf IBM-kompatiblen Geräten Textauszeichnungen wie FET oder Kursiv, nicht aber die Schriftart oder Schriftgrößen direkt darstellen. 1985 erschien die Portierung auf den Macintosh. Im Gegensatz zur DOS-Version unterstützte die Macintosh-Version ähnlich wie die Apple eigene Textverarbeitung MacRide echtes WYSIWYG. Die Version 1,05 wurde in Zusammenarbeit mit Atari für den Atari-Sank portiert. Die unter dem Namen Microsoft-Ride verkaufte Version wurde nicht mehr aktualisiert. Während die DOS-Variante mehrere Konkurrenten wie WordStar, WordPerfect oder IBM PC-Text hatten, wurde Word für Macintosh spätestens mit der Version 5,1 im Jahre 1992 Mark beherrschend. Die Macintosh-Version blieb so auch für Jahre teurer als die DOS-Variante. Die erste Windows-Version erschien 1989, die zweite 1991. Mit Word 5,5 für MS-DOS glich Microsoft die Bedienung der DOS-Version an die Windows-Version an, die zu diesem Zeitpunkt die Version 2,0 hatte. Die DOS-Variante verfügte nun ebenfalls über Pulldown-Menüs und eine Symbolleiste und konnte über Dialoge bearbeitet werden. Vom Funktionsumfang her dagegen glich Word 5,5 annähernd der Version 5,0, die ein eigenes auch Maus-basiertes Bedienerkonzept hatte. 1993 wurden Word 6 für DOS, Windows und Macintosh freigegeben. Für MS-DOS war es die letzte Version. Die DOS-Versionen wurden bis 1995 vertrieben. Es existierten auch Versionen für OS 2 und SCU Unix. Word für DOS war eine der ersten populären Textverarbeitungen für den IBM PC. In Verbindung mit einer Grafikkarte konnte Word auf IBM-kompatiblen Gerätentextauszeichnungen wie FET oder Kursiv, nicht aber die Schriftart oder Schriftgrößen, direkt darstellen. Konkurrenten wie WordStar, WordPerfect oder IBM PC Text konnten dagegen lediglich reinen Text darstellen. Formatierungen erschienen dort entweder als farbiger Text oder es wurden Markups verwendet. Word für Windows Die erste Windows-Version erschien 1989. Im Gegensatz zu Word für DOS basierte WinWord, wie das Programm in den 1990er Jahren umgangssprachlich bezeichnet wurde, auf WYSIWYG. Frühere Windows-Computer stießen an ihre Leistungsgrenzen. Daher unterstützte Word für Windows auch eine Entwurfsansicht mit einer Standardschriftart und ausgeblendeten Objekten. Am 25. März 2014 stiftete Microsoft den Quellcode zu Microsoft Word for Windows erste 1a dem Computer History Museum. Von dort ist der Quelltext unter einer Microsoft-spezifischen Lizenz für wissenschaftliche Zwecke frei herunterladbar. Dateiformat Die für Microsoft Word bis zur Version 2003 bzw. 2004 verwendeten Dateinamen Erweiterungen heißen .doc für Dokumente und .dot für Dokumentenvorlagen. Bemerkenswert dabei ist die Inkompatibilität insbesondere der Versionen bis einschließlich 7 und der Versionen ab 8. Sie beruht darauf, dass Microsoft die Backup-Funktionalität grundlegend änderte, was der Einführung eines neuen Dateiformates gleich kam. Auf eine Änderung der bekannten Dateinamen Erweiterung jedoch verzichtete. Word kann mit verschiedenen Dateiformaten arbeiten. Jedoch wurden einige wichtige Fremdformate bis zum Service Pack 2 von Word 2007 bzw. Word 2010 für Windows auf Word für Mac OS X bis heute nicht unterstützt. Inzwischen wurden die Spezifikationen der alten Formate von Microsoft freigegeben. Da der Austausch von Informationen verschiedener, unabhängiger Informationssysteme in zunehmendem Maße immer wichtiger wird und verschiedene Regierungen aufgrund des proprietären Formates gedroht, hatten. Word Processing Mill Neuere Microsoft Word-Versionen unterstützen das auf XML basierende Format Word Processing Mill. Und Dokumente in diesem Format lassen sich insbesondere für Fremdprogramme einfacher lesen, verarbeiten und erstellen. Diese Dokumente waren dann aber um einiges größer, da XML einen großen Overhead produziert. Seit der Windows-Version 2007 bzw. der Macintosh-Version 2008 werden Dokumente standardmäßig im Format Office Open XML abgespeichert. Aus Kompatibilitätsgründen wird jedoch auch das alte Format weiterhin unterstützt. Dokumente im neuen Format tragen die Dateendung DocX und DocM. Da dieses Format auf XML basiert, lassen sie sich insbesondere für Fremdprogramme einfacher lesen, verarbeiten und erstellen. Dokumentvorlagen weisen die Endungen DocX bzw. DocM auf. Da es sich um ein auf ZIP basierendes komprimiertes Dateiformat handelt, sind diese Dateien relativ kompakt. Nach der Installation eines kostenlosen Compatibility-Packs für Microsoft Office in Word für Windows App Version 2000 können diese neuen Dateitypen, auch mit älteren Versionen von Word geöffnet, bearbeitet und gespeichert werden. Für macOS bietet Microsoft für Word 2004 einen separat herunterzuladenden Konverter an, der Open XML-Dokumente in .rtf-Dateien konvertiert. Der Internet-Media-Type für Dokumente im alten Format ist Application MS Word. Für Dokumente im Format Office Open XML lautet er application.vnd.openxml-formats-officedocument.wordprocessingmail.dokument. Sicherheitsaspekte bei digitaler Veröffentlichung oder Datenaustausch von Dokumenten im Microsoft Word-Format sind. Falls beim Bearbeiten die Funktionen Schnellspeicherung, Versionsverfolgung oder Änderungsverfolgung aktiviert waren, Einblicke in die letzten Änderungen am Text möglich. Des Weiteren kann es mitunter möglich sein, die ursprünglichen Autoren und den Dateiablageort im lokalen Computer zu ermitteln. Diese Informationen lassen sich jedoch leicht aus dem Dokument entfernen. Microsoft Word bietet an, ein Dokument mit Lese- und oder Schreibschutz zu versehen. Freigeschaltet wird eine so geschützte Datei über ein vom Benutzer einzugebendes Passwort. Bei alten Versionen von Word konnte dieser Schutz von einem Angreifer relativ leicht ohne Kenntnis des Passwortes ausgebildet werden. Neuere Versionen von Word nutzen einen wesentlich besseren Leseschutz. Der Schreibschutz kann noch immer relativ einfach umgangen werden. Automatisierung Die Automatisierung und Erweiterung von Microsoft Word kann durch Visual Basic for Applications oder unter Windows durch das Verwenden der Visual Studio Tools for Office bewerkstelligt werden. Vor Word 97 konnte die Automatisierung durch das Verwenden der eigenen Makrosprache Word Basic bewerkstelligt werden. Bis zur Version 2004 unterstützte Word für Macintosh VBA. In Version 2008 war eine Automatisierung nur noch mit Apple Script möglich. Word 2011 wurde wieder mit VBA ausgeliefert. Auch in Word 2016 ist VBA fester Bestandteil. Word 2013 für Windows RT unterstützt VBA nicht und erlaubt dort somit Automatisierungen nur im Rahmen der mit Office 2013 erstmals eingeführten Office Apps. Versionen Versionen für MS-DOS und kompatible November 1983 Word 1 1985 Word 2 1986 Word 3 1987 Word 4 1989 Word 5 1990 Word 5,5Y2K War kompatible Version im Rahmen eines Patches von 1999 kostenlos angeboten. 1993 Word 6 Versionen für Apple Macintosh Januar 1985 Word 1 für Macintosh 1987 Word 3 1989 Word 4 1991 Word 5 1993 Word 6,0 Macintosh Edition 1998 1998 Word 98 Macintosh Edition 2000 Word Mac 2001 Die letzte Version, die mit Mac OS 9 kompatibel ist. 2001 Word Mac VX Die erste Version, die M-Arts OS X voraussetzt. 2004 Word Mac 2004 Version für PPC-Rechner läuft mit Hilfe von Rosetta auch auf Intel Macs. 2008 Word 2008 Erste Version für Intel Rechner 2010 Word 2011 2015 Word 2016 Versionen für Rosetta 2 1989 Word 5,0 1991 Word 5,5 1990 Word 1,1 vor Rosetta 2 1991 Word 1,2 vor Rosetta 2 Versionen für iOS 20,11,201,4 Microsoft Word 1,3 2014 Microsoft Word 1,4 2015 Microsoft Word 1,5 bis erste 16,3 2016 Microsoft Word erste 17,1 bis erste 18,5 Versionen für Sennig's und andere Unix Systeme, 1991 Versionen für Sennig's und andere Unix Systeme, 1991 Word Basic mit der sich Vorgänge automatisieren ließen, 1993 Word 6,0 für Windows gegen den Verlust des gerade bearbeiteten Dokumentes durch Softwarefehler oder Absturz des Computersystems wurde ab Word 6, eine Backup-Funktion eingebaut. Versionen für Windows September 1994 Word 6 für Windows NT entspricht von der Oberfläche Word 6 für Windows war aber für Windows NT 3,5 konzipiert und hatte daher 32-Bit-Code. Bestandteil von Office 4,2 für Windows NT vor Erscheinen von Windows 95 veröffentlicht. 1995 Word 95 U A Bestandteil von Office 95. 1997 Word 97 U A Bestandteil von Office 97 Sommer 1999 Word 2000 U A Bestandteil von Office 2000 Herbst 2001 Word XP Auch Word 2002 U A Bestandteil von Office XP 21 Oktober 2003 Word 2003 U A Bestandteil von Office 2003 Die Version 11.6113,5703 Kennzeichnet dabei die RTM-Version Nach der Installation von Service Park 1 hat Word 2003 die Version 11.6309 und 50.6363,30 November 2006 bzw. 29. Januar 2007. Word 2007 ist Bestandteil von Microsoft Office 2007, das gleichzeitig mit Windows Vista auf den Markt gebracht wurde. 15 Mai 2010 Mai 2010 Word 2010 Word 2010 Bestandteil von Office 2010, 29.917. Januar 2013 Word 2013 Bestandteil von Office 2013, 29.713. September 2015, Word 2016, Bestandteil von Office 2016. Ab der Version 7,0 werden die Versionsnummern gleich mit den anderen Office-Produkten wie Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access USW, geführt. Versionen für Windows 15, Mai 2010, Word 2010, Bestandteil von Office 2010, 29, Januar 2013. Word 2013, Bestandteil von Office 2013, 29, September 2015, Word 2016, Bestandteil von Office 2016. Versionen für Windows RT 29, Januar 2013, Word 2013, Bestandteil von Office 2013 RT.